Doni ist das Pferd. Ich bin der schlafende Cowboy. Ich lege mich auf den Rücken des Pferdes, greife die beiden Hände unter seinen Arm in den Anzug hinein und hake beide Füße ein. Das ist wie die Rucksackposition, nur dass Doni unten ist. Jetzt halte ich ihn ganz eng fest und das Pferd versucht mich abzuwerfen.